Und damit herzlich willkommen zurück. So, was machen wir denn jetzt? Uns fehlen die Ziegelsteine, ne? Aber auch nur, weil die hier jetzt dumm sind, da rüber zu gehen und sich den Ton daraus zu holen, ne? Das ist halt... Ein neuer Dorfbewohner und drei neue sind angekommen. Ja, das ist doch schön. Das ist doch schön. Was habe ich hier? Temporäre Unterkunft. Stimmt, die hatten wir ja auch noch gebaut, damit die hier nicht so weit laufen müssen. Dann müssten da hinten die Türme doch so langsam. Die sind bald auch fertig. Wunderbar. Der wird kompostiert. 28. 89. Kana! Willkommen, willkommen, willkommen! Wie geht's dir? Wie geht's dir? Was gab es denn Schönes bei dir? Ja, mir soweit auch ganz gut. Was hast du denn Schönes gezockt? Na, wir haben Pocken! Nein! 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 Aufschlussendrückchen Marbles on Stream. Schön! Schön, schön! Resident Evil 1! Sehr schön! Komm, wir machen mal ein bisschen schneller hier. Einen Händler haben wir nicht hier, ne? Ne! Aber wir können die Goldreserven ein bisschen rüberschieben. So, weil der Winter kommt, dann wird es wieder kalt. Du hast immer noch kein Alter hier liegt. Da, tonnenweise Ton. Dann musst du dir nur abholen. Würmer. Ein Dorfbewohner hat Würmer hier. Sehr schön. Der geht ja nicht rüber, ne? Der geht ja zum Verrecken nicht rüber und holt der Ton da raus. Ja, hier gibt es alles. Würmer, Typhus. Alles Mögliche gibt's hier. Dorfbewohner ist erkrankt. Was hast du denn? Gar nichts mehr. Ist wieder geheilt. Was hast du? Auch nichts mehr. So, dann müssen wir mal aufpassen. Dann müsste nämlich gleich wieder so eine Plünderung-Aktion kommen, ne? Weizenrost, alter. Die Felder hier, ne? Brennholz wird knapp, ja. Da steht der Honig rum. Hier liegt überall noch Holz rum. Verbessern kannst du die auch nicht, ne? Weil mir die Zielsteine fehlen. Aber auch nur, weil die da hinten nicht aus dem Knick kommen. Weil die absolut nicht aus dem Knick kommen. Hast du mittlerweile Ton? Nein, hast du nicht. Ja. Ja, ja. Du sprichst mir aus der Seele. Holz, Bäume, aber die schreien auf Feuerholz. Das ist, die sind so bescheuert hier. Zumal die sind ja hier am Rohn, ne? Ohne Ende. Das ist... So kaputt hier. Arbeitsreiterrate 82%. Du könntest mal ein bisschen... Ja, genau. Genau. Man steht vor der Imbissbude, geht nicht rein und schreit, ich hab Hunger. Genauso ist das. Ihr seid am Arbeiten, ne? Ja, aber hier baue ich euch auch noch eine temporäre Unterkunft hin, damit ihr nicht so weit nach Hause laufen müsst. Guck mal. Die baue ich euch da hin. Ah, guck mal, Stämme findet ihr hier doch. Das Jagdrevier ist da. Du bist am Sammeln. Dann gehst du diesmal hier unten sammeln. Weil hier sind nämlich medizinische Wurzeln und alles wieder. Und du kannst auch hier jagen, weil hier sind eine Rehe. Guck mal, da sind eine Rehe. Die kannst du auch jagen. Jährliche Steuern. Dorfbewohner an Altersschwäche gestorben. Ein armer Säger namens Esa-Wena ist an Altersschwäche gestorben. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Ja, ja. Der Friedhof ist auf der anderen Seite der Stadt. Ist auf der anderen Seite. Wir könnten aber hingehen. Die Straße mal verbessern. Das Stück hier auch. So. Ein reißender... Oh, ich kann wieder... Oh. Guck mal. Gold hab ich keins. Kohle brauche ich nicht. Ich kann dir Bier andrehen. Guck mal. Kriegst du 200 Einheiten Bier von mir. Kohle bekommst du nicht. Die brauche ich selber. Ich will dir auf jeden Fall die 2000 aus der Tasche ziehen. Das steht fest. Baumstämme kannst du nur haben. Hier, da kriegst du noch 200 Baumstämme. Bin ich da bei 800. Da bei 1000. Bin ich bei 1800. Ja, die 400, die krieg ich auch noch irgendwie zusammengekratzt. Da fällt mir schon irgendwas ein. Da fällt mir schon irgendwas ein. Die kriegen wir auch noch. Die kriege... Guck mal, hier liegt Brennholz. Da. Ein ganzer Stapel Brennholz. Den muss nur einer aufheben. Der ist ja schon verrotten. Moin. Moin. Ah, guck mal. Du hast hier mitgenommen, ne? Bäckerei. Ja, sehr schön. Sehr schön. So, was sagen meine Felder? Ertrag 200, ne? Das ist... Ne, komm raus damit. Pack mal Roggen rein. 500. Die Felder, die... Was habe ich denn hier? Weizenblattdürre. 2% Befall. Und... Gelbverzwergung. 40% Befall. Was habe ich hier? Die Hälfte, ne? Ja. Und Weizen dann unter die Hälfte. Und Roggen auch die Möhren. Knapp die Hälfte. Wobei die Möhren müssten eigentlich weiter rüber, ne? Die müsste ich eigentlich da reindrücken. Damit die im Grünen sind. Dann gehen wir aber einen raus. Dann müsste das passen. Für die nächsten paar Jahre. Dann müsste das passen. Diese Baustelle muss vor Baubeginn vor Hindernissen geräumt werden. Typhus. Als Ziel empf... Ach, ich habe keine Dings, ne? Ja. Nein, 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 nein. Da, 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 da. Stopp, 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 stopp. Bitte was? Bitte was? Wo kommen die? Über die Eisenmine kommen sie. Und ich habe die Türme hierhin gebaut, ne? Hahaha. Ja. Klar, die kommen die ganze Zeit von der Seite. Ich baue Türme hin, kommen sie von oben. Ist klar, ey. Greift sie an. Ein Reisender, ja, da habe ich jetzt keine Zeit für. Greift sie an. Scheiß Eierköpfe hier. Mach den nieder. Ich glaube, ich werde Dorfbewohner. Ich werde Dorfbewohner verlieren. Greift an. Die dürfen nicht hier reinkommen. Die dürfen nicht hier reinkommen. Ich werde jede Menge Dorfbewohner verlieren. Ich habe keine Arbeiter mehr. Vier Dorfbewohner. Boah, ist doch nicht wahr, ey. Das Tor ist zu. Sehr schön. Hauen die jetzt wieder ab. Ich habe 20 Dorfbewohner verloren. Ich habe auch keine Waffen, ne? Ach, hier stehen ja noch vier Soldaten. Ich glaube ja nicht. Ja, raus mit euch. Kind, zieht sich zurück. Ja, würde ich an deiner Stelle auch tun. Würde ich an deiner Stelle auch tun. Da, mit fünf Mann auf einen geht es schneller. Dorfbewohner ist verwundet und wird bald sterben. Jagd ihn. Jagd ihn da. Drauf da, drauf da. Da. Den da. Weg mit dir. Jetzt da, hier. Da drauf. Hahaha, getroffen. Trefft er den auch noch? Oh, sollen wir mal zählen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was war so? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, vierzehn, fünfzehn, sechs. Aber ich kann nicht zählen. Der darf nicht nach Hause kommen, der darf nicht nach Hause kommen, erledigt ihn. Und er kommt nach Hause, der kommt echt noch nach Hause. Ja, ich glaube, ich habe ein paar Dorfbewohner verloren. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ach, das hast du, ne? Dir wolltest ja... So, das habe ich schon mal raus. So, ich habe... Haha, ja. Also Nahrungsknappheit habe ich jetzt nicht mehr. Das stimmt wohl. Das Problem daran ist aber auch, ich habe keine Leute mehr für meine Betriebe. Ich habe keine Leute mehr für meine Betriebe. Das wird jetzt... Wir müssen erst mal gucken hier mit dem Händler, ne? Jetzt gucken wir erst mal hier nach dem Händler. Die drücken wir davon noch 100 drauf, so. Wenn ich zumindest ein bisschen Geld kriege. Dann bin ich gleich mal auf den Bericht gespannt. Du bist verwundet. Och, no, Mensch, och. Wie konnte das denn passieren? Kann mal einer hier den Kadaver aufsammeln. Die müssen auf den Komposter. Ihr könnt euch frei bewegen, ne? Ihr müsst hier jetzt nicht... Ihr habt die ganze Zeit nicht gehört. Dann braucht ihr jetzt auch nicht hier rumeiern. Das schiebt den echt mit der Schubkarre weg. Nein. Oh, cool. Mit der Schubkarre. Oh, was hat der denn? Untätig. Beschwerde. Schwere Wunden. Ach Gott, das stellt sich aber auch ein bisschen an, ne? Ein bisschen. Stellt sich aber auch ein bisschen an hier, ey. Feldfrüchte verloren durch Krankheit. 19 Roggen sind aufgrund von Krankheiten und Schädlingen verloren gegangen. 31, 37, 43. Was haben wir denn hier? Weizenblattdürre und Gelbverzwergung. Ah, jetzt kommt der Bericht. Wir haben... Umfang des Raubzuges. Plünderer getötet, 9. Dorfbewohner getötet, 31. Gebäude zerstört, 1. Gesplünderte Gegenstände, 10 Fälle, 16 Bögen, 33 Leinenkleidung und 4 Pfeile. 31 Dorfbewohner hat mich das gekostet. Kannst du die mal einsammeln? Guck mal, hier ist der Komposter. Da müssen die drauf. Da müssen die drauf. Oh, das wird natürlich jetzt, ne? Das wird natürlich jetzt... Ziegelbrenner-Mutsch 2 reinpacke. 4 habe ich noch. 3 Soldaten haben die mir geklaut. Ach, 7, nicht 3, 7. 2 Bäcker. Ja, 8 Menschen sind in deinem Dorf angekommen. Sie haben vor, einzuwandern. Ja, komm, immer her damit. Immer her damit. Ich brauche neue Leute. Ich habe da gerade welche verloren. Ich sage euch aber nicht warum. Das bleibt mein Geheimnis. So, der ist fertig. Geeser. Geeser bräuchte ich auch, ne? Arbeitscamp kann ich tricksen. Den brauche ich. Bauer. Den Gerber brauche ich auch. Jetzt habe ich nämlich keine... Jetzt habe ich... Dann müssen wir das anders machen. Bergarbeiter. Da muss... Bergarbeiter muss eine Mine zumachen da oben. Da sind 2 drin. 24.000. Und da sind auch 2 drin. Dann mache ich die zu. Die Sandmine. Da sind 2. Da sind 4 drin. Brauche ich nicht. Da brauche ich nur 2. Du bist krank. Ja, ist nicht schlimm. Wir sind alle ein bisschen krank. Da mache ich auch nur 2 rein. Dieses Gebäude bietet derzeit keine Unterhaltung. Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Es gibt doch gerade so viele Storys zu erzählen. 5. 5. Dorf wurde geplündert. Umfang des Raubzuges. Plünderer getötet 0. Dorfbewohner getötet 1. Gegenstände geplündert. 61 Pfeile. 14 Bier. Ach, Fälle. 146 Pfeile. 48 Töpferwaren. Und 330 Räucherfleisch. Ach, da wird noch... Oh. Wo sind denn hier meine 3 Soldaten? Hallo? Da. Greif mal den Bär an. Greif den Bär an. Oder mit allemann drauf. Aber dann verliere ich ja noch mehr Leute, ne? Typ, was ist mit dir? Lauf doch. Ja. Warum rennst du nicht? Du bist ja so bescheuert. Ach, ihr habt keine Pfeile. Dorfbewohner vom Raubtier getötet. Und unzufrieden sind sie auch noch. Ja, sehr schön. Greif deine Nahrungsvorräte knapp. Ja, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Schmied. Ich habe keinen im Schmied, ne? Bauern. Oh, der ist auch tot. Sehr schön. Ich bräuchte mal ein paar Dorfbewohner. Hallo? Da wohnt aber auch überall noch einer drin, ne? So, Plünderei ist vorbei. Das können wir ja wieder schnell machen. Das können wir ja wieder schnell machen. Wobei. Ach, kein Händler mehr da. Kein Händler mehr da. Okay. Ein bisschen Geld habe ich ja noch. Fleisch. Obst und Gemüse fehlt mir. Obst und Gemüse fehlt mir. Was ist denn hier los? Die Kneipe wurde angegriffen. Dorfbewohner in Gewalt. Dorfbewohner ist gewalttätig geworden. Drei Dorfbewohner wurden. Drei Dorfbewohner. Was ist denn mal? Was ist noch euer Problem? Die Alte hat den Soldaten niedergeschlagen. Status Tod. Die hat den umgebracht. Die hat den um... Die hat den eiskalt umgebracht. Kannst du zumindest deine Klamotten abgeben? Ist das ein krankes Spiel. Die hat den eiskalt umgebracht. Wahnsinn. Du bist am Sammeln hier, ne? Ja. So. Können wir jetzt mal ein bisschen schnell machen. Oh. Wir kriegen Roggen. Sehr schön. Und da kommt Flachs. Typhus. Gibt es hier eigentlich sowas wie... Ähm, 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 sag mal schnell. Eins hier wird geschlachtet. Da wird auch eins geschlachtet. So. Gibt es hier sowas wie einen Leichenbestatter? Gibt es den? Dehydrierung. Möbelwerkstatt könnte ich zwei rausnehmen, ne? Brauerei könnte ich auch zwei rausnehmen. Sägegrube könnte ich auch einen rausnehmen. So viele brauchen wir ja nicht. Boah, krank. So, dann könnte ich nämlich da reinpacken. Soldaten. So. Bauhandwerker. Freie Arbeit habe ich jetzt drei, ne? Zumindest zwei. Rüstungsschmied bräuchte ich auch noch. Ja, Wahnsinn. Kann man hier mal schneller bauen. Ich brauche Dorfbewohner. 204 Goldbahnen, 30 Holzbretter und 30 Ton. Was sagt mir hier meine Ziegelei? Immer noch kein Ton, ne? Ich glaube, ich werde dieses Tonlager, werde ich hier nebenbauen. Raubtier gesichtet. Ein Wolf. Wo ist denn mein Jäger? Ach, du bist verletzt? Ja, Junge. Dehydrierung. Dann baue ich hier noch einen Brunnen hin. Ja, baue ich da einen Brunnen hin. So, Fleisch habe ich. Fehlt nur noch ein bisschen Obst und ein bisschen Gemüse. Ein Honig, ein und zweimal Wachs. Hier liegt alles rum. Fässer. Aber Fässer kann ich ja nicht bauen. Dorfbewohner an Krankheit gestorben. Dehydrierung. Ups. Guck mal, da ist ein Brunnen. Bevorstehen, der Schneesturm. Ja, super. Wird ja immer besser hier. Wird ja immer besser hier. Das Haus ist fertig. Sehr schön. Da gibt es zwei neue Dorfbewohner geboren und zwei sind zugewandert. Ja, sehr schön. Das ist doch fantastisch. Kann ich das hier nirgendwo verbessern? Hallo, Schneesturm. Dich wollte ich umsetzen, ne? Genau. Du solltest da hin. Weil der ist ja zu doof, da rüber zu gehen. So, habe ich zumindest vier Soldaten. Brennholz wird knapp. Mama Steiler hier. Temporäre Unterkunft. Sucht nach einer Unterkunft. Da ist sogar keiner drin. Das heißt, wir müssten auch noch ein paar Häuschen bauen, ja? So, dann brauchen wir da noch eine Straße rein. Hab ich Wasser hier? Können wir eigentlich da reinbauen, ne? Bauen wir Wasser da rein.